Willkommen zum Video, ich bin Freddy von FITZUHAUSE und heute widmen wir uns der Griffkraft. Und zwar wie wir sie zu Hause trainieren können. Dazu habe ich hier ein paar Gerätschaften bzw. auch eher Haushaltsmittel hingelegt. Viel Spaß dabei! Beginnen wir gleich mit der ersten Übung. Dafür schnappst du dir einfach zwei Tüten, falls du Kurzhanteln zu Hause hast oder Kettelbild, sonst was, kannst du natürlich auch gerne die nehmen. Ich habe jetzt hier zwei robuste Tüten genommen und sie einfach mit Konservendosen und Flaschen befüllt. Das hat, denke ich, jeder zu Hause. Dann stellst du dich hin, nimmst jeweils einen in eine Hand, nimmst, wichtig, deine Schulterblätter nach hinten, nicht hier vorne, nach hinten nehmen, Brust raus, aufrecht gucken und einen stabilen Rumpf haben. Ich sehe gerade, ich habe hier noch Handerscheiben im Weg, aber wir gehen jetzt hier mal kunstvoll vorbei, drehen um und gehen wieder zurück. Wichtig dabei, kleine Schritte machen und kontrolliert bleiben. Also auch während des Gehens nicht die Technik vergessen. Du kannst gerne natürlich eine längere Strecke gehen und ja, dann suchst du dir aus, wie lange du das halten kannst. Entweder steigerst du dein Gewicht oder eben die Zeit, die du diese Strecke abläufst. Kannst du natürlich auch einfach beim Einkaufen quasi, wenn du einen kurzen Nachhauseweg hast, deine Einkäufe schnappen und damit nach Hause laufen. Die nächste Übung ist mit kleinen Handtisscheiben, die wir zusammenpacken. Am besten startest du mit zwei, ich habe jetzt drei genommen, das ist ein bisschen anspruchsvoller. Die hältst du dann mit deinen Fingern zusammen und presst sie quasi aneinander und versuchst dann, sie möglichst lange zu halten. Auch dabei aufrecht stehen, die Schulterblätter hinten zusammen. Ja, und dann hältst du die, solange du kannst. Kannst die Zeit stoppen und dich dann beim nächsten Mal steigern oder eben mehr Gewicht benutzen. Eine weitere Möglichkeit, um die Griffkraft zu Hause zu trainieren, ist, sich an eine Stange zu hängen. Wenn du eine Klimmzugstange hast, gerne eine Klimmzugstange. Vielleicht hast du aber auch irgendwie eine Wäschestange oder sonst was im Garten oder in deinem Haus, wo du dich einfach dranhängen kannst. Geh erstmal an den Klimmzug mit beiden Händen ran. Lass dann die stärkere Hand als erstes los und häng nur noch an der schwächeren Hand. Und wichtig ist dabei, dass du die Spannung in der Schulter und im Arm hältst. Das heißt, dass du dann nicht hängst wie ein nasser Sack, sondern wirklich auch in dem Latissimus und überall die Spannung hältst. Nicht, dass du da aus dem Schultergelenk quasi rausgerissen wirst. Und dann hältst du das, solange du kannst. Und ja, machst dann auf der Seite des stärkeren Arms genauso lange, wie du es auf der Seite des schwächeren Arms gemacht hast. Aus dem einfachen Grund, dass du dann deinen stärkeren Arm nicht länger trainierst. Würdest du mit dem stärkeren Arm anfangen, würdest du logischerweise länger halten, als dein schwacher Arm kann und würdest ungleichmäßig trainieren. Das ist mein Tipp an der Stelle. Dann haben wir noch weitere Geräte. Und zwar sind das einfach ganz normale Handtrainer, die natürlich auch super sind, um die Griffkraft zu trainieren. Auch besonders gerne bei Boxern gesehen oder so. Das sind einfach so Trainer, die oben mit einer Feder aneinander gespannt sind und haben zwei Griffe. Und die kannst du dann zusammendrücken und trainierst so deine Griffkraft. Gibt es in unterschiedlichen Stärken. Also wenn du dann quasi deinen Trainer ausgelastet hast, kannst du einfach quasi den stärkeren Trainer dir zulegen. Und ja, kannst dann alternativ entweder viele schnelle Bewegungen machen oder die einfach zusammengepresst halten. Je nachdem, wie du möchtest. Ansonsten gibt es hier auch noch einen Trainer, der quasi die einzelnen Finger trainiert. Das heißt, du kannst zwar auch alles gleichzeitig zusammendrücken, wie bei dem anderen Handtrainer. Es ist aber auch möglich, die Finger einzeln anzusteuern. Ja, falls du das auch noch möchtest, so ein kleines Extra-Feature vielleicht spannend, wenn du irgendeine Sportart spielst, wo du fangen musst oder sonst was. Das waren auch schon meine Möglichkeiten, um zu Hause die Griffkraft zu trainieren. Ich hoffe, es waren ein paar Übungen dabei, die du vielleicht noch nicht kanntest und die du zu Hause ausprobieren kannst. Falls es dir gefallen hat, schau doch noch in unseren anderen Videos vorbei und sonst möchte ich dir noch unsere Facebook-Gruppe ans Herz legen. Da schreiben wir über das Thema Training zu Hause, tauschen uns mit den anderen Gruppenmitgliedern aus. Du kannst deine Fragen stellen und wir beantworten sie dir entweder persönlich oder andere Gruppenmitglieder helfen dir. Außerdem ist auch Motivation ein großes Thema. Also wenn du Motivationsprobleme hast oder sonst was, kannst du einfach dich durch die anderen Mitglieder motivieren lassen, um am Training dabei zu bleiben. Und dann hoffe ich, sehen wir uns bald wieder.